Alter Schwede, warum die da jetzt kurz alle Aufmerksamkeit geworden sind. Das ist irre. Und ich bin echt, ich bin total noch überfragt nach wie vor. Obwohl ich mir eben schon so denke... Ne. Ich muss auf jeden Fall die zwei Armoursschützen hier loswerden. Wie auch immer. Alter. 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 Ich brech ab. Hat das geklappt? Hat das echt geklappt? Ha, ha. Ey. Ey, ich glaube es nicht. So, pass auf, wir zerwischen uns, wenn wir hier um die Ecke gehen. Ne. Wow. Okay. Da hinten laufen welche rum. Boah, die Ecke ist so knackig, das ist echt der Hammer. Aber, ey. Es klappt tatsächlich sogar ohne Ember und ohne Wurfmesser und ohne alles. Ohne die vier zu töten. Das hätte ich nie gedacht, dass man da vorbei kann, ohne zu töten. Hm. Komme ich fast, fast auf den Willen, wenn dieses Let's Play zu Ende ist. Das Ganze noch einmal zu spielen, ohne töten. Na ja, mal schauen. Jetzt gucken wir uns erstmal hier weiter rum. Aha, da unten geht ja einiges ab. Wo müssen wir überhaupt hin? Da hoch, 18 Meter. Das ist ja nicht so weit. Da unten liegt ein Medaillung. hinter zwei Armbrustschützen. Macht ihr mich verarschen? Und da steht ein Ritter. Oh, ne. Und wer kommt da? Du siehst mich nicht. Nein, ich hocke im Schatten. Genau. Tschö. Boah. Alter Schwede. Was ist denn hier? Das ist ein Lebenstrank. Ein Lebenstrank ist doch schon mal was. Ember wäre mir lieber, aber Lebenstrank ist auch schon mal geil. Wo sind die jetzt hin? Ach so, da ist der Ritter. Alter. Alter. Der guckt sich da die Gegend an. Na, Tag, Herr Rittersmann. Wo ist der andere? Der hockt da am Tisch. Oh, Alter. Alter. Jetzt hockt der Ritter da am Tisch. Okay. Hoffentlich war das kein Fehler. Okay, sie gucken beide weg. Ich kann da nicht durch. Alter, Scheiße. Mann, ey. Warum konnte ich da nicht runter? Das war jetzt wieder... Hm. Nichts Auffälliges gefunden. Nö, es ist nur ein Stuhl umgekippt. Alter. Jetzt furzt's bitte nicht. Da hinten liegt der Stuhl. Hier ist noch einer. Super Idee. Wo geht denn der Ritter hin? Äh. Super. Super. Da hab ich mich ja wieder in eine Situation gebracht, ey. Super. Ich bin begeistert. Ich will da nur den Lebensdrang haben. So, und was mach ich jetzt? Hier ist gar kein Ausgang, ne? Ohohohohoho. Da hoch irgendwie? So, der geht da hin. Der geht... Die gucken beide weg. 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 Tschööööööööööööö. War schön bei euch. ahhh... Och, guck mal hier! Ich mein es ist eigentlich voll für'n Arsch, aber... Hehehehe Hehehehe Das musste einfach sein. Oh. Warum kommst denn du jetzt? Alter. Warum kam der jetzt? Ich meine, wer weiß, wofür es gut war, dass er jetzt weg ist, aber... Hallo? Kam der jetzt gucken, weil hier so ein Krach war mit dem Kronleuchter? Ja, euch kann ich ja ruhig liegen lassen. Ihr seid ja vom Kronleuchter gedötet. Wenn auch der Kronleuchter wieder weg ist. Naja. Ist das eine Kiste? Was kann man denn hier... Hier ist nichts zum Klettern. Super. Und da für ein Symbol? Achso, das Versteckle-Symbol. Da geht es zu dem... Labor. Okay, hier ist keiner. Dann machen wir da mal aus. Jo. Ja, die stehen nach wie vor... Stehen die da hinten, dütschig. Und rennen da schön um die rum. Gut. Ja, das Medaillon hier unten drunter so gern ich's hätte. Aber, ne. Wir haben keine Waffen. Wir haben... Ja. Wir haben nix. Deswegen gehen wir lieber mal... Zone verlassen, würde ich sagen. Oh, das ist ja cooler Bildschirm. Alter. Und das riesige Ember-Tanks oder was? Hammer. Das war das. So, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und ich sollte in der höchste Glechtigkeit sein. damn it what are they up to here one thing sure it's best not to be on the wrong side of the bars when I find out wow ist das eine wurzel von dem baum oder was ist ja der brüller kann man hier was machen nur schade nur hier ist nichts hier ist auch kein ich hatte jetzt gedacht er kommt jetzt hier ein kann nur ein klon durch aber nö ok hochsicherheitstrakt haben wir hier irgendeinen hinweis betritt den hochsicherheitstrakt nebenziele stiel den röhrenkondensator für aske na stimmt ja da war ja noch was alter willi was hat hier muss ich jetzt hier auf so eine wurzel drauf springen tatsächlich sollte vielleicht mal schleichen nur da kann man ok da kann man weiter hierhin da ist weil ich niemanden vor die füße das und seien noch mitnehmen und keine ahnung jemanden mit aufhängen oder so wäre auch nicht schlecht die füße mhm hier gibt es irgendwie nichts zu sehen und da hinten glaube ich aber nicht dass ich da irgendwie rüber könnte ich kann eigentlich nur hier so weiter ich höre was was ich nicht hören will da unten und ich habe keine messer das das fueled das tut das因為 das Gedankt es das es das es Hä? Mit wem hat denn der jetzt geredet? Führt der Selbstgespräche, oder? Ach, da hinten pennt einer. Oh, den hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Ich war jetzt schon gewillt, da einfach reinzugehen und den da zu killen. Da ist ein Medaillon. Noch mehr hier drin? Nee. Nur der, der pennt. Und der, der hier hin und her rennt. Da unten geht es zum Sicherheitstrakt. Frag mich gerade, wird der Penner wach, wenn ich den hier umlocke? Einfach mal kackendreist hier versuchen. Ja, jetzt ist der Penner auf jeden Fall wach. Ach ja, ich habe ja so gut wie kein Leben. Ich habe jetzt gerade noch gedacht, okay, letztlich nicht auf den Kampf mit dem einen. Aber der braucht mich ja nur einmal treffen, ne? Aber der hat sehr spät reagiert hier. Was haben wir denn hier jetzt? Und wo ist dieses Vieh? Das ist weiter unten, ne? Hoffe ich. Ja, wenn der jetzt weg ist, kann ich mir das Medaillon klauen. Zack. Dann schleiche ich mich auch einfach an dem hier vorbei. Wow. Das sieht ja wieder cool aus hier. Was ist das denn da? Verbrennen die da die Leute auf den Tischen? Was ist denn das? Hier hängt ein Skelett an der Kette. Alles klar. Sieht man da irgendwo noch Medaillons? Oder Ember? Ember. Ich bin Embergeil. Hier gibt es ja bestimmt irgendwo. Da hinten liegt ein... Ne, das ist ein Feuer. Was da unten an einem Typen rumrennt, das ist schon mal phänomenal. Ich mir jetzt gerade überlege, der Kerl da, der tut mir ja gar nichts. Der schreit ja nur. Wenn ich also den hier töte, was der noch nicht mal mitkriegt. Da kann ich mir den auch noch schnappen und auch töten. Und da ist ein Durchgang. Okay. Die lasse ich auch, glaube ich, einfach hier liegen, weil hier kommt eh keiner hin. Und hier ist ein Durchgang. Ah, toll. Ganz, ganz super Durchgang. Da habe ich was ganz Feindes getroffen gefunden. Von hier komme ich doch. Mehr oder weniger. Alter, sind das große Emberflaschen. Kann ich die mitnehmen? Oder sind das Fackeln? I don't know.